Trittadolala Unsere erste Autofahrt, mehr oder weniger erste Autofahrt. Also das erste, das war ja nur ein Transport. Jetzt fahren wir mal nur so zum Vergnügen. Ist ja doch ein erheblicher Unterschied. Und die haben sich ja auch schon ein bisschen beruhigt im Vergleich zu dem Transportpark. Na, wir werden erstmal ein bisschen abseits gucken gehen. Die Strecke kennt ihr ja schon. Aber irgendwie ist ja doch immer wieder schön. Also ich fahr hier immer wieder gerne lang. Weil es ist einfach schön. Und die Welle heute sieht ja sowieso nie zweimal genauso aus. Ist eigentlich immer unterschiedlich. Ja, jetzt sollten wir vielleicht doch einen anderen Jank bemühen. Dann muss ich jetzt einen Handwechsel mit der Kamera. Nö, fährt doch. Fährt doch im vierten Jank hier noch hoch. Ach ne, war der dritte. So, wir machen hier einfach mal Feierabend und gucken, was die Hunde machen. Oh, ein schöner Busch. So, alle aussteigen. So, dann gucken wir doch hier mal gleich den Busch uns an. Den hat mir nämlich von der Farbe her sehr gut gefallen. Die Dorfjugend muss natürlich gleich wieder gucken, was wir hier hinten machen in der Ecke. Ich glaube, ich fahr mal lieber schnell wieder nach Hause, bevor die jetzt merken, Oh, jetzt sind keine Hunde im Haus. Das ist so ein geiler Busch. Schöne Farbe. So, ja, das muss erst mal reichen. Drei Minuten zehn ist ja eh schon wieder über unsere Durchschnittszeit. Der hier mainstreamte Medien-Junkie. Der muss ja jetzt eh schon wieder umschalten. Oder erwartet einen Werbeblock. Tut mir leid, hab ich nicht so was. Okay, kicken wir noch mal ringsrum. Und dann machen wir einfach Feierabend. Amde.